hallo und herzlich willkommen hier wieder beim card shop simulator so der nächste tag wird eingeläutet tag 10 so wir haben ein unser wir haben in unser bankkonto ist bei 605 taggen wir haben die werden wir eh nie los glaube ich so was haben wir denn hier noch alle wir haben hier noch orange packs wir haben wir noch würfel und wir haben hier noch hüllen und wisst ihr was wir ziehen packs wir ziehen packs das spiel ist extrem laut hatte ein update gehabt also trotzdem warum ist das spiel so laut man ok 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 totaler müll soll ich muss jetzt gucken hier war da mal einstellung so ich glaube ich hatte das nämlich so das war ja extrem laut ich kann hier ja gerne wieder hoch drehen bisschen so ein bisschen ambiente ist okay so von dem sound her ne man brauche eine hier übertreiben kommt jetzt sie noch mal bevor wir aufmachen zeit läuft ja nicht weiter müll totaler 3 48 wollt ihr mich verarschen wollt ihr mich wirklich verarschen es nur scheiße so 65 17 ich packe es nicht nicht okay wir bestellen tabletop was ist das denn speed rover games habe ich rechnung alle bezahlen wir bestellen erst mal das übliche na warte mal wir wollen hier die packs 1 auf jeden fall 1 auf jeden fall und später wir nehmen deo noch mal wir haben uns heute da wir können ja dann mal die andere scheiße dann bestellen achte sieme erreicht okay mit dem regal regt mir am meisten auf dass diese kleine pissregal da weiß ich mach auf das kleine pissregal da ich so wie sieht es denn jetzt hier aus ladenfläche ich möchte gerne bei 15 shop b entsperrt wird shop b was ist shop b hier das lager oder wird so komm mal ran ja was hat der kurve ein paar würfelchen jöt 12 kriegst du wieder ein paar packs oder sind 900 zahl was soll denn ditte warum haben die dir zu groß geschrieben 32 31 wunderbar extra packs und eine karte 38 40 ne so nicht sehr schön kann man hier würfel pack 20 tacken hat da youtube play bezahlt euro kriegst du dir an das an ja die ist totaler müldes regal was ich mal her was halten hier für eine karte 39 tacken ist okay wenn man ein paar darin stellen 18 18 jappadappadu marktpreis machen wir rund 15 ist egal wir müssen jetzt auch mal ein bisschen was loswerden ich habe ein paar monate in einem anderen geschäft gearbeitet und dort erfahrungen gesammelt ich habe gerade meine kunststudium abgeschlossen so dass ich noch eine weile zeit zu arbeiten nachschub was ist denn den ihre aufgaben und eine karte so 74 95 nachschub geschwindigkeit wer weiß denn hier nachschub geschwindigkeit einfach mal gemacht ne so 67 34 wo ist denn hier mein arbeiter weiter fuck ist hier mein arbeiter nicht sag erstmal box geleert würfel gibt mir noch mal mein koffer hier wir haben jetzt nämlich ganz schön drin ja auch hier mit die würfel jens ne außer der blaue war ja klar wir sind da noch drin wieder ein würfel weg euro kriegst wieder 15 euro die karte gekauft wir schinken also wir schinken also extrem nichts für ungut aber habe ich den direkt in die tüte geschmissen 18 8 55 bitte ja was ist denn interagieren geld schalter regale auffüllen ausruhen und den geld schalter hier gleich die karte gekreilt dann nehmen wir noch mal gehen wir noch mal aus der latichte junge sind hier bin ich denn jetzt da haben wir noch zwei wunderbar also kriegst du das hier hin oder ich werde hier scheiße wir haben kaum noch hier blauen packs ne wir ziehen in der zeit ne ich meine wir haben jetzt ihn eingestellt wir können in ruhe ziehen ich glaube diese orangenen packs sind der letzte arsch das wird mit so einem hässlichen stern ganz ehrlich also diese wunderbar ich will so ein richtig schönes pikachu da drin haben was für ein müll ey nichts besonderes ne ist nur scheiße da können die karten glitzern wie sie wollen das ist hier irgendwie nur Müll wir sind ja jetzt sehen dass der typ da jetzt mietemäßig 500 am tag kostet oder hoffe natürlich nicht ich brauche ein paar höhen ich brauche ein paar höhen ich habe noch ein paar hüllen nach bestellen über höhle das wird hier kartenhüllen nein das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer noch egal war auch so quatsch zu kaufen den typen da auch gemietet ja ein tag ach so der ist für einen tag jetzt nur da lächerlich lächerlich wir haben schon wieder keine packs da gibt es doch gar nicht ach deswegen also mit einmal 500 dann hilft er dir aber den tag ich verstehe so wir nehmen noch mal so ein blaues pack und open also in den blauen pack sind bessere karten drin glaube ich habe ich das gefühl zumindest da war auch nur scheiße drin jetzt wirklich mach auf ich nehme alle zurück können die aufhören durch mich durchzulatschen nein das ist auch nur schrott drin na gut na gut na gut gut den typen brauchen wir eigentlich nicht ne wenn er halt so sieht gut da steht der preis schon fest bei dem ding hier nicht marktpreis runter macht er auf 5 ok er rundet ab morgen bist du weg ne ausruhen wenn ich will dich nicht mehr haben das war eine fehlinvestition tut mir leid muss man leider so sagen ne ach da wir kommen noch ein bisschen deo wunderbar blaue box haben wir auch keine mehr tipps ja ja nie gut dass sie so schnell geliefert werden so wer ist denn da sechse machte war bezahlt wunderbar so mag ich das red ja auch das ist in ordnung eigentlich kein schlechter preis ne lang zu junge ok wir haben ein bisschen reingehauen 167 ne 95 ja gut 4,20 so ihr müsstet auch mal bald gehen hier ne ich will euch nicht mehr sehen Würfel ach ne haben sie noch nicht genommen die tipps ja ja ne karten 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 hüllen 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 komm her hier ah ja 47 äh 54 zack aber wie siehts aus mit trinkgeld naja sehr egal ok der hat jetzt reingehauen mit hüllen und ne karte alle den euro kleine euros hehehe nur min zu ärgern geil weiter sprühen mal ein genau gut er sitzt genau daneben ja gib ihm mal einen ordentlichen schub junge hat er gestunken so 14 87 vielleicht kommt hier irgendwann reicher schnösel älter der uns die karten abnimmt ne warum nicht wie stehen hier in der zeit mal die ganzen billo karten aus was ist denn da für jene 6 6 euro bitte kriegst 14 wieder dün 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 tak 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 so 1928 passt wunderbar guck nochmal gut wunderbar 4 euro glatt machen wir der tisch muss immer voll sein dort haben wir hier eigentlich noch was wir so ein bisschen nehmen können doppelseitiges regal was ist mit der werkbank großes lagerregal naja scheiß sehr geil drauf karten präsentationstisch automatischer duft ok kasse vintage breites regal großes persönliches regal riesiges persönliches regal automatischer duft ok naja kommt noch kommt noch so 7 18 wunderbar du kannst da lange warten sorry aber ich muss den tag leider beenden so was haben wir haben wir plus hier ja 223 plus das ist mit dem dings hier ne ne fragen jetzt ja hallo wie kommen wir das hier was bringt mittel 200 200 gekauft ok brettspiele wo kriegt die haxürzerin sieht es denn aus wenn wir hier eigentlich kleiner schrank was heißt denn kleiner schrank wir probieren es aus wir probieren es aus geht er da hoch hin ok ok gut machen wir aber nicht sieht es denn aus können wir den nochmal wir machen den da hin ne was mach ich denn obwohl profit 1850 ne ist schon heftig einkaufen also wir machen auf jeden fall ja auf jeden fall wie sieht es denn aus wenn wir davon noch noch zwei passen noch was drin oder wie viel gehen hier oben und 3 da muss ja noch eine box kaufen und dann gucken wir mal nach wie sieht man das jetzt langsam immer noch nicht zu zu und die würfel kriegen wir die da unten hin ja vier sind noch drin naja wunderbar so marktwert kürzen immerhin auf 31 tacken bisschen wenig halt mal den können wir da unten noch inräumen why not kommt rein hier boah alter der stinkt schon gerade drin gekommen und schon am stinken es gibt es da ja nicht so 12 dollar karte 8 wieder ja ich wusste das zack greift ihr das spiel und jetzt nimmt ihr die teure karte manche würde ankicken bringt es nicht die zocken da schon miteinander die gebühr die gebühr ist mir ist hier zu hoch äh leck mir noch am arsch kriegst du ne arschtritt junge 20 tacken ich stell doch da jetzt nicht den dreck daneben es sah ja scheiße aus hier ist okay ich stehe mit regal hier an der seite ist so ist gut wenn sie die karte was für ein schnäppchen ja nimm dir ruhig mal die teure das wäre ganz geil jetzt lasse ich hier erstmal leer laufen ne jetzt lasse ich hier erstmal okay die soll mal ruhig zu langen damit ich auch die kisten wegkriege und alle was ist das Systemgate sagt mir nicht naja ich war aber auch nie so der Brettspielkarten-Brettspieltyp ne ich war auch nicht wie gesagt ich war auch nicht der Kartentyp ne hallo hier geht es nicht lang Junge Mann so er guckt sich die ne er guckt er nicht ich dachte er guckt sich die teure Karte an wäre schön gewesen ne er wollte sich nur ein paar Würfe holen 33 Tacken sich kümmere mich um den Stinker wo ist das wo der nämlich hinten lang geht so wunderbar einmal kurz benutzt und der nächste Kunde der kommt kurvt sich die ne äh die benutzte Dose überhaupt nicht mehr voll und so ist das bestimmt in echt ne wenn man bei Rossmann dm renniert Alter dann haben sie da alle schon rumgesprüht und du kurvst hier ne Dose die eigentlich überhaupt da ist ja nichts mehr drin so gut wie ja nichts fünfer fünfer haben wir aber auch ein fünfer wird auch ein fünfer so fertig spielst du hier an Salene heute oder was ich muss mal ein bisschen ja pass mal auf eigenes bestätigen ne dir zeig doch irgendwie kacke immer so bearbeiten Arma ich hab keine Ahnung was das ist Gebühr machen wir zwölf eigenes bestätigen ich check's nicht ich check's nicht ist mir egal die Dose er hat genau die Dose genommen jetzt ne so er kauft zwei Karten macht genau 10 Euro und 31 Cent ok 245 äh unser Konto was ist denn setzt dahin da genau jetzt spielt man euren Dreck was hast du hier noch in die naja vielleicht sollte ich die Würfel nach oben packen ne und kann ich die aufmachen ne kann ich das Spiel aufmachen ne wie hat Zeit Packs zu ziehen oder was ich nehm mal hier ein so ein Pack ok wir nehmen wir mal eins hier einfach scheiße komm damit glatt ist nichts in den Orangen ist scheiße ich saß euch da ist einfach scheiße so für 29 die kauft der kauft sie ein paar Schutzhüllen der hat zuhause ein bisschen was einzupacken da ist das ein fairer Preis Junge aber die sind einfach besser ne vom Gefühl her ich nehm alles zurück ne pack die nein pack die wieder dahin mach schnell auf komm 2 Euro 2 Euro 77 soll das ein Witz sein ey soll das wirklich ein Witz sein doch Brettspiel und ein paar Karten hat er noch ok der kriegt 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ja muss ihm ein paar Karten austeilen hier immer wieder welche da ok wo er noch keinen marktpreis also wo ich noch keinen preis festgelegt habe es gibt es doch ja nicht ich dachte wir haben mittlerweile schon alle Karten was für ein Aquadoodle hier hier komm mal ran ja oh alter richtig 150 Boletten sag mal kommt ein Stinker hallo sir lach sag alle dude das ist so gang und gäbe hier komm schrottscheiß sorry verhüllen 6,15,60 wieder Wiedersehen du hast hier Deo gekauft? ja gott sei dank lass dir das ne leere gewesen sein die Deo Attacke ich zieh lieber die blauen ne ist auch ne scheiße ok komm her ne 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 nix zu machen ne das stinkt schon wieder einer warum geh doch nehmen das Deo Gerät also wirklich viel angenehmer oder? sag doch sag doch sag doch ich nehm nur kurz warte eh noch einen Blick ich zieh nur kurz hinter dir ein paar Karten zwölfe schade gut sehr gut sehr gut wenigstens lässt er ein bisschen Geld da ich brauch nochmal kurz ne ne die orangenen gefallen mir nicht muss ich sagen wie es ist gefällt mir nicht die blauen auch nicht mehr feierabend sieh man junge zieh da muss er 66 das ist schon mal gut das ist schon mal schön so du hast hier ein Spiel gekauft ja würfel oh ne Karte auch gut 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 guck mal her hier das ist die 66er Karte ne 467 sehr schön haben wir da für den Müll gehen wir mal aus Salat nicht da sonst knall ich da um so packst du jetzt n Dreck ey wirklich so 43 warte mal kurz ich mach mal das Licht an Amigo sehe was du hier gekauft hast für ne Scheiße so 92 Dollar jo genau passen dir fällt mir gut ich nehme jetzt die Box hier die letzte Box die machen wir auf toll danke für nichts mhm mhm ja hier 2 Euro 2 Euro toll der feiern hier ey ey 11 Euro Karte ja feiern wir ja leute was zurück dazu sagen mal wenigstens mal ein paar über 20 äh 20 ne komm mal an hier komm mal an hier das wäre ein Hit hier wenn einer mal die richtige die Brecher Karte kaufen würde ne stattdessen kommt hier nur so ein beschissener Seestern 4 Euro 4 Euro 69 20 20 21 17 ja ja kleinvieh macht auch Mist ne 11 machen wir 10er können wir noch mal eine Box ziehen wir sind schon bei 1000 wieder schon mal ganz gut Schrott wir kennen es nicht anders 1 Euro 1 Euro 1 Euro 1 Euro was soll denn der Dreck 5 12 12 12 für die duftende Wolke mhm ne 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 so wird es nisch nix aber gut andererseits wir kriegen auch diese monster karten die kriegen die werden wir auch nicht los ich krieg's ja nicht verkauft da bin ja sogar unter dem wert schon gegangen ich werde ja nicht los das ist das problem wird der kopf ihren arsch vorhüllen 2 40 wieder und wiedersehen und würfelchen für 20 impact wieder ein paar hüllen fixe 9 euro wieder die spiele sind alle weg nur krass und wir nehmen uns in so ein blaut pack nummer das ist eh gleich vorbei nichts wirklich gar nichts es gibt es doch überhaupt nicht der pack hat in ihr samtwert von 1 euro 71 cent ja fufi ein fufi ja das ist unsere power karte hier im fufi 51 tacken setzen wir da drin 48 60 wunderbar 2 20 zurück auf wiedersehlt 70 und 18 26 zurück 1481 erhielt okay wir müssen auf jeden fall karten kaufen karten folien also eigentlich müssen wir alles ein bisschen nach blättern kann man hier können wir nachlegen die würfel brauchen wir eigentlich noch nicht kaufen die würfel brauchen wir eigentlich noch nicht wenn man die vier würfel kommen hier obwohl ich wollte doch nach oben packen krieg ich die oder ganz oben auf das ding auf nee so dann kommen da drunter nämlich wieder die spiele hin da haben wir noch ein paar hüllen und damit würde ich sagen wir beenden die folge hier ja ist okay liefern ist okay 1481 ja wir sind level 11 gut kann man mit arbeiten wir rocken uns ja gerade mal ein bisschen so hoch auf jeden fall brauchen wir diese scheiß lager ich will auch diese dinge nicht mehr haben seht ihr ich will das nicht haben kann ich das kann ich das Müll schmalen das ist irgendwie das scheiße das ist völlig am murk ich kann das auch nicht richtig hinstellen das gefällt mir ja nicht einpacken verkaufen ja wunderbar weg mit der scheiße wir brauchen das nicht wir brauchen das nicht das machen wir aus gut leute sehr schön ich würde sagen das war wir werden hier die folge beenden ich hoffe es hat euch spaß ich hoffe ich konnte euch unterhalten und natürlich hoffe ich wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut haut da rein und ciao wir sehen uns beim nächsten mal wieder